Alte Laterne. Können wir hier von irgendwas gebrauchen? Das ist die Frage. Sollen wir es einfach nochmal versuchen? Wir nehmen jetzt einfach nochmal die Geige mit. Schnell raus, schnell raus. Mist. Okay, da geht das schon mal nicht. Der hört direkt auf. So, mal gucken, ob wir jetzt direkt abhauen können. Ne, der hört immer direkt auf und meckert uns dann an vom Viver Clown. Okay, Hasenpuppe, Schnickschnack. Wir können hiervon eigentlich nichts gebrauchen. Ja, der hört es ja nicht anders, wie die Tore. Dann hauen wir wieder ab. Der meckert uns jetzt wieder an. Legen wir wieder zurück und hauen ab. Dann hängen wir jetzt gerade, weil ich nicht weiß, was wir machen sollen. Wir gucken mal unser Zeug an, was wir haben. Wir haben noch den Drachen. Wir haben ein zerrissenes Bettlaken und eine Wäscheleine. Was sollen wir denn damit? Okay, das geht nicht. Okay, das klappt auch nicht. Man kann vielleicht das noch zerschneiden. Okay. Wir gehen noch mal in die Gasse. Gar nichts. Ich wollte auch nicht die Dings nehmen. So, was machen wir denn jetzt? Was könnten wir denn noch machen? Hier geht gar nichts mehr. Hier rein. Dann redet die wieder mit uns. Schnecke! Und die Müllfässer mag sie auch nicht. Sie könnte mal drin rumwühlen. Okay, dann nicht. Dann müssen wir wieder zurück. Wir gehen am besten noch mal zur Mühle. Ah, was uns das bringen soll. Oder wir gehen noch mal in die Taverne, da es ein bisschen her ist. Nein, ich wollte nicht da rein. Ich wollte nicht zu dem Blödmann. Wir gehen noch mal in die Taverne. Oh, da sitzt ein Neuer drin. Oh, das ist ein Neuer drin. Hmm... Hmm... Hmm. Okay, wir müssen das Bier abstellen, ja? So, jetzt dürfte der... Jetzt fragen wir ihn nochmal. Ja, well, you're not invited to my birthday party, then. Grandpa told me that beer is really bad for you. He told me it damages your brain, it makes you angry, irate and disgruntled. I guess Grandpa was right. Okay. Bringt alles nichts. Dann reden wir doch mal hier mit Gottfried. Oh, was ist denn los, Gottfried? Mal gucken, was da schlaft der Mann, da... Nichts. Ah, hmm. Maybe I can just drain all the beer. That will get Gil moving. Hmm... Huh? I couldn't move, then. Um... Excuse me, Sir, I was just, you know, feeling a bit curious about your taps there. Is there some kind of lock on them? Or something? Aye. Stop all them brownie types trying to steal me beer when I'm unawares like. Special kind of lock, only I can unlock when I go to poor. See? Oh, rats. Missed. Dann zapf doch mal. Where did the blacksmith go, then? Them there woods. Looking to put an end to the so-called beast of the woods roaming out there. Beast of the woods? Do you know if he'll be back soon? Well, that's hard to say. Might do. Seeing as he's gone about two weeks now, huh? Favorite, he won't. Oh, hi. W-what if the beast got him? Has anyone looked for him? Well, I would do. Poor little girl of his left running that shop all alone. Only thing is... You need a guide for them there woods. Oh, yes, of course. Sir, you have to help me find the girl's father. Hmm. Really? You should be ashamed, sir. And you. You're not better. You keep serving him. But, but... I'm a bartender. Ugh. Weißt du, warum der Mann so traurig ist? Do you know why this man is so sad? Ah, I've got freedom. Best leave him be. The man's in grieving. It's his young and son. Like I said before, children are up and vanishing. Oh my gosh. That's terrible. We have to do something. Haven't you tried to... Wait, don't tell me. I... Head down. I'm on to my own. Ugh. Tja, also Bill sieht aus, als könnte er noch einen Drink vertragen. Ich hab jetzt da rumgefummelt. Bill looks kind of like he needs another drink there. Bill will make sure I know when he needs another. Hmm. Oh, I see what you did there. Trying to play the old pipe switch joke, eh? Oh, who, me? No. All right, all right. You had your fun. Out with you, so I can fix your mess now. Okay. So he's not falling for just switching the pipes for water. I think I'm on to something by switching the pipes, though. I should think this through more carefully. So ein Scheiß. Was kann ich denn da noch machen? Ah, Ben hat gerade den Schnäuzer verloren. Hi Ben. Oh, hello again. I found a magician. Well, sorceress. I found her. And she can make the cure. But it's... Complicated. Apparently it's not a sickness. It's a curse. A curse? Oh dear. Who would do that to your grandpa? Winfrieda? No. Maybe. I don't know. But I'll need some time to find all the things needed to break it. Of course. Of course. Take as long as you need. The family portrait. I know who it is. Really? Yep. I showed it to the minister in the church. Because he knows all about magic and stuff. That's Philip. And his daughter Janneke. Who went on to become queen. Queen? Oh, right. But now... Now Janneke is missing. And no one knows why. So I've been thinking. Winfrieda. She must have been involved in it somehow. Are you okay? You seem a bit troubled. Well, it's just... When I thought I recognized them. I guess it's probably not because I knew her. It's because everyone knew her. Oh. Yes. I see. I... I'm sorry. Don't worry, Ben. You'll remember more. Sooner or later. I'm sure of it. Hmm... Glaubst du wirklich, dass Winfriede an meinem Opa krank gemacht hat? Entschuldigung, dass ich gerade nichts mehr gesagt habe und einfach weitergeklickt habe, aber ich war gerade voll drin. Und überlege, wie wir die Rohre da... Na gut, ich mach mich mal wieder auf. Okay. Wir gehen nochmal da in die Taverne. Ich verstehe nicht, was wir hier machen sollen. Ich verstehe es einfach nicht. Können wir irgendwas von den Sachen benutzen? Und damit nähe ich... Vielleicht die Wische. Probieren wir mal... Können wir die Wäsche denn hier dran machen? Nein. Vielleicht kann man den alten einfach fesseln und rausziehen. Oh, Mann. Ich rede nochmal mit Gottfried. Vielleicht sagt er ja jetzt was. I... I heard about your boy. I'm really very sorry, sir. Yeah. Not as much as I am. Well, maybe I can help. Was it near the mill, like the others? Yes. Hansel. You was taken near the mill. But you must... It's too dangerous for us simple folk. Some things can't be helped, child. Evil will have its way in this wicked world. You'll see the world for what it is one day. Then you'll see. You'll see there's no good. I... I'm sorry, sir. But you're wrong. It's true. There is lots of bad. More than I ever realized. And even hiding from it on the farm didn't help me. But the thing is, there is good, too. Lots of good. And... And... I'll even prove it to you. I'll find your son, sir. I promise. Sure. As you say, little one. Such youthful innocence. Hmm. Weißt du... Irgendetwas über die Mühle? Is there anything you can tell me about the mill? Anything that might help? It's that witch in the mill, I'm sure of it. I'd left Hansel right there. The place was deserted. When I got back, he was gone. And the mill was all lit up and locked tight. Oh. But... Why did you leave him there? My wife, she... She hadn't been herself lately. And we were starving, see. And you left him out there? All on his own? I know I've done wrong. I'm not proud. I'm a fool. I know it now. More than anyone. I just want him back. I want to make things right. What good is it though? Evil will have its way in this wicked world. You'll see. Weißt du, irgendetwas über die Mühle hatten wir jetzt? Ich mach mich mal auf den Fee. Gehen wir mal weiter. I'll find your son, sir. I promise. Anscheinend klappt das nicht so. Wie machen wir das denn? Kann man noch irgendwas am Springbrunnen machen? Hm. It looks like the main water feature has been switched off. Although... I believe the lever there should pump out whatever's in those pipes if I use it. Dann pump mal. Hm. Ich überlege gerade. Sie hat gesagt, wir sollen was mit den Rohren machen. Aber was? Hm. Wir fragen... Also, was anderes... Wir können uns einfach nur noch mal durchfragen. Wir können jetzt noch gucken, da das die Tochter vom Schmied ist, ob die uns irgendwas zu sagen hat. Was ich bezweifle. Aber wir versuchen es einfach mal. Wir konnten schließlich mit dem anderen auch reden. Also, wir können ihnen nicht helfen. Wir können... Wir können... Ja, aber was bringt uns das? Wollen wir jetzt noch mal zurückgehen? Ah. In der Gasse war auch nichts mehr. Wir gehen einfach mal rüber. Ich weiß nicht. Vielleicht ist hier irgendwas anders. Wir konnten ja hier eh nichts anklicken. Das ist Wunderhorn. Zum Dorfplatz. Wir können hier gar nicht zurück. Aber hier raschelt doch was. Ach so, und hier geht es direkt so weiter. Gebüsch. Da ist ein Gebüsch. Ach, da ist wieder der Fuchs. Äh, wir können das ja mal sagen. So, dann diese Kreatur des Waldes, von der die Dorfbewohner sprechen. Also kannst du mir nicht mit der Kreatur aus dem Wald helfen? Also hat uns das auch nicht viel gebracht. Ich weiß nicht, was wir noch machen können. Also wir wissen, was der hier ist. Hier raschelt es auch. Oh. Weil. Ich will nicht schon wieder mit denen reden. Der braucht immer so lange. Was soll ich noch machen? Mit der Katze kann ich nicht reden, ne? Nee. Ich will nicht mit dir reden. Okay. Okay. Ich will euch alle wieder zurückkommen, was du gemacht hast. Ah. Können wir dem irgendwas anbieten von unserem Zeug? Ich denke mal nicht, dass der die Nadel nehmen würde, oder? Was soll denn mit dem Bild? Das Amulett brauchen wir bestimmt noch. Die Alte kommt bestimmt noch mal zurück. Und den Drachen will ich dem nicht geben. Wie wär's denn mit dem Diamant? Vielleicht will der Alte den ja haben. Was soll ich mit dem Geld bekommen? Was soll ich mit dem Geld bekommen? Gah! Wo hast du... Ich meine... Oh, ein Schilder Rock. Nein, Schüttel. Es ist ein Diamant. Es ist ein Dramat. Es ist ein Dramat. Es ist ein Dramat, nicht wahr? Oh, ja. Wie schüttel ich mich. Ich bin nicht so sicher, dass es so viel verdient ist, wirklich. Es ist genug für diesen schönen Violin, vielleicht? Ha! Good Grief, nein. Nein, nein. Ich denke, das ist eher in der Range von... Nein, nicht für die Lampe. Nicht für die Lampe. Nicht für die Lampe. Oh! Wait a second! This is broken! It's an antique, you little brat! What do you expect? Nothing lasts forever! Oh! Yeah! I guess that's fair enough! Thank you for the trade, mister! Mmh! Just get out of here! Jetzt gibst du dem... Oh! Den scheiß Diamanten für eine kaputte Laterne! Hallo? Die ist aus Eisen, ne? Oder? Kaputte Laterne. Können wir die selber flicken? Rumschneiden können wir auch nicht. Den Babydrachen können wir auch nicht benutzen. Das ist besonders gesund für die Drachen. Wenn ich ihm etwas zu essen gebe, sollte ich ihn etwas zu geben, sollte ich etwas zu schmerzen und flammiges zu suchen. Achso, das ist wieder nur der normale Babydrache. Ja... Vielleicht kann uns die Schmiedin da helfen? Die hörte sich ja so metallisch an. Vielleicht kann die Laterne wieder ganz... Ich klammere mich echt an jedem Strohhalm fest. Upsa! Nein, 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 nein! Ich wollte zurück! Das tut mir leid, ich wollte da nicht in das Programm. Probieren wir es mal. Vielleicht kann die... Kann das Mädchen uns ja helfen. Aber... Oh! Ach, ist die süß! Ach, ist die süß! Ach, ist die süß! Also nein. Die kann mir nicht weiterhelfen. Ich muss mich fragen. Du... Um... Oh... Is there anything I can... No, no. I should get back to work now. Excuse me. Oh, dear.